hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge wild und lecker heute zeige ich euch den schopftindling der schopftindling finde ich sieht ein bisschen wie ein alien aus er ist sehr glänzend und wenn man den einmal in der natur gesehen hat findet man den immer wieder der ist relativ groß der hut hat bestimmt so zehn zentimeter und auch der stiel ungefähr sechs bis acht bis zehn zentimeter breit ist er jetzt nicht so sehr drei bis sechs zentimeter ist er breit es wirklich weiß und ist ein bisschen glänzend ihr findet den im park hauptsächlich manchmal am waldrand oder auf wiesen der steht ganz gerne in gruppen diesmal habe ich leider nur ein alleine gefunden der ist richtig lecker den kann man also essen ich habe ihn gebraten und das problem ist aber dass nicht so viel von übrig bleibt das heißt wenn man den wirklich sammeln und essen möchte müsst ihr schon einen ordentlichen korb voll sammeln der schmeckt richtig gut mit ein bisschen knoblauch oder etwas wildgemüse ist der wirklich wirklich köstlich wenn der jung ist ist er wirklich köstlich ansonsten wird der später von unten her fängt er an auszureifen das heißt sei wenn er seine sporen bildet dann öffnet er sich unten und sieht eher aus wie ein nach unten gesunkener regenschirm und bildet sonne schwärzliche tintige farbe der fassert dann auch aus zeige ich euch gleich im bild zu dann schmeckt er nicht mehr und das sieht auch echt nicht lecker aus und der verdaut sich sozusagen selbst da seht ihr es jetzt da ist er schon ziemlich weit fortgeschritten der fängt also an sich selbst zu verdauen und wandert immer weiter nach oben diese schwarze dieser schwarze rand den ihr unten seht das ist wirklich wie tinte das verflüssigt sich daran sind die sporen und dann könnt ihr den auch nicht mehr essen wenn ihr den seht in der natur der ist echt nicht fast nicht zu verwechseln ich finde das ist ein wunder wunderschöner pilz in diesem sinne guten appetit